Der FC Bayern rächt sich in Anführungszeichen beim SC Freiburg und gewinnt mit 0 zu 1 durch ein, wie soll man das beschreiben, hammer, mega geiles Tor durch Matthijs de Ligt und das hat Potenzial zum Tor des Monats, muss ich ganz klar sagen, zumindestens, dass es nominiert wird. Und Freiburg hatte auch Gelegenheiten, es war eigentlich quasi dasselbe Spiel wie im DFB-Pokal, Bayern mit mehr Ballbesitz, Bayern eigentlich überlegen, aber die Freiburger hätten durchaus auch in Führung gehen können, siehe Dohan, der das 1 zu 0 hätte erzielen können, trifft nur den Pfosten, weil Davis komplett abgeschaltet hat und da frage ich mich, was macht er da bitte, wie kann man da so auf einmal abschalten, sicherlich kann das passieren, aber es darf einfach nicht passieren. 0 zu 0 zur Pause und dann kam ja wie gesagt diese De Ligt Hammer, Musiala auf De Ligt, der nimmt sich ein Herz, zieht einfach mal ab und einfach nur wunderschön Flecken reagiert gar nicht mehr und einfach nur ein wunderschönes Tor. In der Folge hatte Sané etliche Chancen, also ich sage eins, Lewandowski hätte mindestens einen von denen gemacht, aber Sané, er spielt sich ja super frei, jetzt muss er bloß noch lernen, Tore zu schießen und seine Chancen zu nutzen. Im Gesamten geht der Sieg für die Bayern in Ordnung, aber Freiburg hat sich tapfer gewehrt und hat ja auch nur 0-1 verloren. Es war ein super Spiel, aber trotzdem hat im Gesamten Bayern verdient gewonnen und bleibt Tabellenführer. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR